und hier habe ich auch noch was textil pflanze so langsam sollte ich gleich was essen eventuell so kokosnüsse er kann es ja auch einiges mehr acht du scheiße kock bina kula da kokonutschmusi na gut um kokosnussbaum hinzustellen bräuchte es halt ein jungle sapling das ist halt immer die sache kokosnussjoghurt coconut cream ich habe ihn jetzt erst mal pro pro forma ganz weit in die ecke gegenwim platziert ganz sehr weit hinten hast du gar nicht kleiner sneaky peter aufzuschieben hast du gerade geschossen das war kinder wehen hallo geht das wieder los na was machst du da oben noch hast du dann erledigt ich bin runtergesprungen nicht nicht machen nicht machen ich bin eben nur runtergesprungen ok dich hau ab getroffen ja bei mir hast du geleckt eben nicht einmal ne ich kann kaum laufen ey ich warte ich muss was essen hör auf geh weg weg ah ich hab keine Pfeile mehr ich hab nur 45 da ich muss den Apfel essen wie der blödsinn noch nicht vorher ne immer wir machen immer blödsinn ja da nix zu neues ne das ist stand stand duart stand duart stand duart oh jetzt muss ich mal paar paar leckere burger holen leckere burgers ist gar nicht burgers burgers oh es fühlt wieder salat das kann man auch nicht automatisieren alles salat dazu packen und sowas das geht nicht ne mhm mhm brauchst du brauchst du denn dafür Pipes mhm ich glaube mit Ender kriegst du das glaube ich Ding ah ne mit ME kriegst du es auf jeden Fall denn mhm ich will aber kein ME mehr haben mhm weil da kannst du ja nämlich sagen dass du nur maximal 16 Stück reinpacken kannst mhm ja du konntest doch mit der Kabellage das machen äh weiß ich nicht das kann ich dir nicht sagen das kann ich dir nicht sagen das bin ich überlegen hm was na gut wenn wir Computercraft aufhalten dann könntest du was schreiben dafür äh oder nicht mhm ne kann ich auch nicht äh ne nein nein das geht nicht weil der ja auch nur irgendwie registrieren muss das da von 16 aber ich weiß nicht ob das mit Plans das lasse ich dann lieber nicht dass das nachher mit ähm Pam's Harvestcraft nicht funktioniert weil er dann ja das ID rausspucken muss und da brauche er so und so viele davon ne lass mal ne ne mhm das wäre unnötig man könnte es doch trotzdem mit dem Computer mit Kabel verbinden und dann dass er beim bestimmten, dass er die Anzahl zählt und dann aufhört ach quatsch das ist zu aufwändig nur um Hamburger herzustellen sage ich mal nein zu aufwändig das ist wirklich zu aufwändig das sagt der nicht Digge der immer viel große Scheiße baut das ist zu aufwändig du musst es ja jedes mal machen hm du musst es ja jedes mal machen das zählen und äh nein da muss er ja zum Beispiel mit dem Deluxe Burger muss er ja auch zählen dass er nicht nur Salatgefahr hat sondern auch immer ähm ähm Ding hat so stimmt das wollte ich das kann ich ja auch schon mal machen wenn ich Level 30 hab lass ich mal Buch verzaube ich jetzt grad schon gemacht ja ich war Level 20 als ich vorne auf dem Serverkammer gestorben bin ja das ist natürlich blöd da kann man sich so eine Art Bibliothek aufbauen damit mach man mach man mach man mach man mach das jetzt nämlich hier schon mal das erste Buch das ist ein Sharpness Buch ein Sharpness 3 wow gut deswegen das ist schon ganz ganz gut damit wenn ich ähm achso hab ich irgendwo meine diese komische Werkbank ne die hab ich glaube noch hier stehen die 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 Engineering Werkbank weiß ich ob man Kisten chisseln kann das hier weißt du das hm ob man Kisten chisseln kann kann ich dir nicht sagen ich weiß nur dass ich gleich sterb warum mach ich dann dauernd irgendwo runterschmiss toll kann man leider nicht schade oooh mhm macht ja nix wieso wolltest du die Kisten chisseln hm dass man vielleicht so eine andere Optik kriegt ach so ja gut warum bist du gerade hier hm ich vertraue dir nicht so okay ahh ich zieh so inzug da 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 ist jetzt meine da da ist sie naja das wüsste wirklich das stimmt aber schön ausblick hier drauf jetzt bräuchte es habe ich das buch eigentlich gequäffelt gehabt ja ich brauche nur ein buch ich habe ja bücher habe ich ja von von dem village mitgebracht ich glaube sicher mein gott ob die lesen die wissen die mann halt als ob die markt machen ganz alt mit drogen plantage bauen so wie kommt das gemacht hat auch quatsch bräuter nehmen und mit den zahlen die ganze zeit mit dir muss ich mit den deal aua schloss meine flossen an so ok jetzt habe ich das engineering buch ich frage tools mit chen das sind belts die gibt es auch die belts ok keine ahnung der quascha der ist ein bisschen übertrieben der quascha ist echt übertrieben revolver mining dual ok na gut da musste biodieseles herstellen power wires biodiesel wie mache ich biodiesel raffinerie ach du scheiße ach du hinst es nicht ok der macht das biodiesel green power ok je die kritische aprain voyner ich weiß auch noch wo ich das ним hier aus marmel machen wollte und nicht einmal das real bringt auch okay sehr viel das ist natürlich nice aber ich jetzt damit anfangen werde sterbe ich ja fast lightning man sollte so viel brauchst und sterben der flash warum suche ich immer nach block wenn ich immer den mod einfach eingeben kann light engineering blogs oh mein gott aber ja massenweise koper ich habe noch ein kopf der rest habe ich ja schon verbaut ja klar das ist ja fast wieder auf der schritt wir müssen eigentlich mal eine portalreise machen ja wie weit muss man ein portal im neta weitersetzen damit man einfach weiter weg kommt ich glaube das war gar nicht gar nicht mal so weit ich glaube du brauchst nur 250 blöcke laufende so ein scheiß so extrem weit war das nämlich gar nicht ich muss das buch erstmal da hinten rein müsste damit ich erst mal hier alles in dem regal ab ich habe ja noch genug scheik ich müsste dafür eine diamantspitzhacke machen wenn du darauf achtest dass sie nicht kaputt geht ne ne behalten weil ich habe ja oben noch dias ne ich meine ja nur ich brauche ja nur für obsidian dass ich das aber dann muss ich halt ich muss einem neta dann das eine ja ne weil die nämlich effektiv drauf hat achso ne das macht ja nix der hat nämlich effektiv 3 und ne das das macht mir nix ich suche jetzt gerade mal blöcke wo wir ganz viele von haben erde jetzt nicht unbedingt limestone aber limestone kann man glaube ich nicht mit chisseln machen das ging nicht glaubt nicht ne basalt ging basalt solo oder muss ich es brennen ich würde dann schon mal ne ich sag mal ne plattform in höllenportal machen weil das ja ein bisschen wenig ist da ne ich glaub du musst basalt brennen aber ich hab halt oben schon was reingeschmissen zum brennen ne du kannst basalt chisseln den ganz normalen kannst du auch blöcke raus machen dann mache ich nämlich daraus die blöcke die sehen auch gar nicht mal schlecht aus das sind wie diese steinziegel nur so ein bisschen mit einer anderen textur wie es im haus ist diese textur ne diese steinziegel das ist ganz gut weil wir haben da werden wie viele davon brauchst von dem basalt koppelstone oder ob du was auch brauchst noch momentan nicht ja dann ich sag ja momentan ja sowieso nicht so viel du kennst mich ja zu gut dann werde ich nämlich zu Anfang brauchte ich das halt nur für die Umrandung unten also vom Gewächshaus ja ok aber das ist ja auch das ist vielleicht noch nachher nochmal ne da hast du genug ja ja zu Anfang brauchte ich das jetzt brauche ich das jetzt mal nicht mehr jetzt ne alles alles jod alles jod in the food ich würde jetzt gerne essen herstellen aber welches ist die Frage ja eigentlich müsste man auch was herstellen was du gut stacken kannst und eine menge davon ja du müsstest es gut stacken erstens das es müsste viel bringen und es muss ein einfaches rezept sein ja 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 lebt der Schneemann eigentlich noch weiß ich nicht ja der lebt noch das wird nur ne Heidenarbeit das alles wegzumachen hier das müsste eigentlich gleich viel Hungerkeulen wie wie gelbe Kollen geben das wäre eigentlich optimal ja weil das erste was ich hatte war hat er glaube ich drei Hungerkeulen gebracht aber massenweise von den gelben was ja auch nicht mal schlecht war kann sein ja drei meat feed ok da würde ich sagen da musst du ja auch porksotten ah ja pizza wie viel bringt denn pizza vier da brauchst du auch Käse und Teig und Tofu ok das ist auch wieder ich will nicht so viel machen willst du nicht das ist auch wieder ja du 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 w du du Vielen Dank.